Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu meinem ersten Do-it-yourself-Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr aus einem ganz normalen KALAX-Regal mit schwarzen Türen einen Hingucker macht. Ihr braucht dafür nur eine Klebefolie in eurem gewünschten Muster, eine Schere, eine Rasierklinge, bisschen Spülwasser, einen Schwamm und Schraubenzieher. Beginnen wir mit Schritt Nummer 1. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018